Wie wichtig ist der FIFA Youth Cup für die FCB Nachwuchsabteilung? Der Austausch mit anderen Mannschaften auf internationalem Niveau ist sehr, sehr wichtig. Man kann sich messen, man sieht, wo man nicht besteht und das ist immer ein guter Gradmesser für unsere Jungs. Man sieht, ob man auf dem richtigen Weg ist oder man merkt auch, dass man im athletischen und im taktischen Bereich noch gewisse Defizite hat. Der Austausch ist sehr gut und es ist ein tolles Turnier, sehr gut organisiert mit sehr starken Mannschaften. Wie stehen Sie hier im Vergleich mit den Topmannschaften? Resultatmässig könnte man ein bisschen besser durchstehen, aber wenn man rein das Spiel analysieren, von der Spielanlage her, die konstruktiven, die technischen Elemente, gehören wir ganz klar zu den besten Mannschaften, wenn nicht sogar die beste. In der Effizienz müssen wir sicher noch arbeiten und auch im athletischen Bereich merkt man schon noch, dass wir noch nicht auf Augenhöhe sind mit den zwei Mannschaften, aber dafür arbeiten wir täglich mit unseren jungen Spielern. Das war's. Das war's.